Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, stehe ich in meiner Küche. Und was heißt das? Es gibt eine Food Haul. Und zwar war ich gerade einkaufen bzw. schon vor einer Weile und muss mich jetzt etwas beeilen, sonst haben die Frosty-Sachen, ja, dann sind die dünn. Ja, deswegen möchte ich euch jetzt gerne meinen Einkauf zeigen und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Also ich war bei Rewe und habe insgesamt, ich glaube 76 Euro auf 75 Euro ausgegeben. Ist jetzt wieder ein Einkauf für diese Woche und ja, für drei Personen und dann fangen wir mal an. Es ist alles ein bisschen durcheinander, aber das tut dem Video keinen Abbruch. Einmal habe ich für mich mitgenommen so ein eigentlich Kindergetränk, Kirsche, Prinzessin Emmy und ihre Pferde. Aber das hatte ich mir schon mal mitgenommen. Das schmeckt so lecker. Das schmeckt wie Kirschsaft verdünnt. So schmeckt das. Ist auch nicht viel Zucker drin. Kann man mal trinken. Und ich mir war irgendwie so ein bisschen tatterig und ich brauchte was zu trinken. So, dann habe ich mir solche Mini-Muffins mitgenommen. Die sind für uns zum Frühstück bzw. für den Mogi mal zwischendurch. So, dann gab es sechs Eiskaffee von Mövenpick. Normalerweise hole ich immer den günstigen, aber der war im Angebot. Und ja, hatte den selben Preis wie den günstigen, dann nehme ich dann natürlich den Mövenpick. Davon sechs Stück. Dann habe ich zwei Varianten Donuts mitgenommen. Die waren recht preisintensiv. Also ich glaube 2,99. Ja, 2,99 Freistück. Das ist einmal mit Mugat gekümmt und einmal mit einer Vanillecreme. Die sahen sehr interessant aus und ich bin mit Hunger einkaufen gefahren. Sollte man das schon machen. So, weiter geht's. Dann habe ich, wenn unser Kleiner so gerne Brezeln isst, mal diese hier geholt zum Aufbacken. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Acht Stück. Ich dachte mir, falls er dann mal wirklich Bock drauf hat, dann backen wir einfach mal welche auf. Dann habe ich für mich einmal Tortellini mitgenommen mit dieser Schinkenfüllung drin. Die wollte ich mir mal machen. Hab mir dazu auch Carbonara mitgenommen. Die kommt auch noch. Falls es wirklich mal schnell gehen soll, wenn ich hier, ich habe jetzt öfters mal Doppelschichten und da habe ich keine Lust abends, wenn ich da um 8 komme, noch groß zu kochen. Und dann schmeiße ich mir die ins Wasser und dann... Dann gab es eine Packung Lein. Weil Patrick und ich hatten den Tag das Thema und da hatte ich so Bock auf Lein. Deswegen durften die mit. Dann zweimal gemischtes Hack für Spaghetti Bolognese, Buletten, alles was es so gibt. Dann gab es zweimal die Tomaten aus der Büchse. Die mache ich immer, da mache ich immer Bolognese dann draus. Und habe ich immer gern mal zu Hause auch mal für Tomatensauce oder sowas. Dann einmal Spaghetti. Ganz normal. Dann meine große Liebe. Einmal Chicken Nuggets. Ich hätte gerne mehr mitgenommen. Aber leider hatten sie sie noch einmal. Also müssen die erstmal reichen. Dann habe ich die entdeckt. Die war im Angebot. Ristorante Pizza Pasta. Da sind Nudeln drauf und Tomaten und... Sieht noch Spinat aus. Sah interessant aus. Dachte ich, probiere ich mal. Dann gab es für den Kleinen hier. Etwas verquetscht gerade. Ganz normale Milchbrötchen. Die sind immer für unterwegs. Ganz praktisch. Einfach in die Hand gedrückt. Dann habe ich mir noch so eine Trinkflasche geholt. Davon haben wir zwar schon relativ viel. Die war jetzt auf einen Euro. Aber die hat die perfekte Größe für diesen Kinderwagenorganizer von... DM ist der oder was? Manchmal. Ich weiß es gar nicht. Und dann kann ich mir immer, wenn wir unterwegs sind, da was reinfüllen. So, jetzt kommen schon Getränke. Nein, noch nicht ganz. Dann habe ich noch einmal Baguettes mitgenommen von Dr. Edgar. Die waren auch im Angebot. Jetzt mal die mit Pilzen. So, dann Rapsöl waren leider alle. Also habe ich Olivenöl genommen zum Braten. Wohin? So groß ist meine Küche nicht. Dann einmal Quinella. Brauchten wir eigentlich nicht. Aber er hatte seine Flasche relativ schnell leer. Und deswegen dachte ich, kaufe ich schnell was. Dann kann ich das noch zwischendurch nachfüllen. Dann habe ich einmal dieses mitgenommen. Da trinke ich eigentlich immer das Pinke mit Grapefruit. Aber ich dachte mir, ich probiere mal Granatapfel. Außerdem war von Grapefruit nur noch eine da. Dann wieder Mussten mit 2 Vanilla Coke. So lecker. Ohne geht nicht. Dann zweimal Eistee für Patrick Pfirsich. Den haben wir ja immer. Den zeige ich auch immer wieder in die Kamera. Dann habe ich eine Apfelschone mitgenommen. Die ist für mich für Arbeit. Weil Wasser kann ich nicht. Ich brauche irgendwie immer Geschmack im Mund. Und ja, deswegen Apfelschone. Und dann einmal, was ich gerade gesagt hatte, schon dieses Grapefruit Brausen Zeug. Ich mag momentan irgendwie so diese bitteren Sachen. Und deswegen kaufe ich immer das. Weil bitte nehmen das mir dann doch einen Zacken zu bitter. So, Tüte Nummer 1 ist leer. Kommt auch gar nicht mehr so viel. Ich habe dann noch für den Kleinen, für den Herbst, weil jetzt Herbst ist, dieses süße Wandbild mitgenommen. Mit diesen süßen Eulen. Nicht wandelt, Fensterbild. Und das will ich dann bei ihm ans Fenster machen, damit es da auch ein bisschen herbstlich dann ausgefällt. Wenn es soweit ist. Wir hoffen ja, dass vielleicht ein bisschen Sommer kommt. Aber die Öffnung schwindet so langsam. Dann habe ich Tomaten mitgenommen aus unserer Otoon. Stand zumindest da. Dann die Eier aus Freilandhaltung. Ich hole immer die aus Freilandhaltung. Ich hatte gesagt, die sind immer viel zu teuer. Aber ich glaube da immer noch so ein bisschen dran. Also nehme ich immer die. Dann waren es mal vier Brezeln. Jetzt sind es bloß noch zu weit. Dann habe ich ein halbes Brot mitgenommen. Lüneburger nennt sich das. Das war aber sehr schön weich. Und deswegen habe ich das genommen. Dann einmal Fruchtzwerge für den Kleinen. Das sind die weniger süßen. Ja, ich vertraue da jetzt einfach mal drauf und finde das eindeutig besser. Für Patrick gab es dann zweimal seinen Jakobs Kaffee. Der waren nämlich auch schon vor einer Weile alle gegangen. Also gibt es ihm jetzt wieder nach. Dann, wie ich schon sagte, mit Hunger einkaufen gehen. Hat man ja echt Bock auf alles. Habe ich Milky Way Minis mitgenommen. Und die sind ja so schweineteuer, ey. Drei Euro für so eine kleine Tüte. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich diese Toastbrötchen mitgenommen. Ich habe das bei, ich weiß gar nicht, ich glaube Isabeau gesehen. Oder Nati, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ich probiere das auch mal aus. Dann kam wieder die heiß geliebte Süß-Sauersauce mit. Ohne die geht gar nichts mehr. Dann einmal Kinderschokolade. Ist für den Kleinen zwischendurch. Ja, verurteilt mich. Ich gebe meinem Kind Schokolade. Aber er soll die Freunde des Lebens genauso genießen können. Und ich bin davon als Kind auch nicht gestorben. Also von daher kriegt er die auch weiterhin. Dann habe ich drei Mozzarella mitgenommen. Auch für die Tomaten. Dann für Patrick einmal KitKat. Weil ich weiß, dass er die so gerne isst. Auch schweineteuer. Dann einmal Black Cookie Schokolade von der Eigenmarke von Rewe. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Lass mich überraschen. Also abgebildet sind hier so eine Art Oreo-Kekse. Dann gab es die heiß geliebten Knoppers-Regel. Die hat seine Mama uns mal mitgebracht. Und die sind so mega lecker. Also wenn es die bei euch irgendwo gibt, probiert die mal. Also ich mag normale Knoppers nicht. Aber die esse ich echt gerne. So, dann habe ich noch Eis mitgenommen. Was jetzt mittlerweile schon echt extrem weich ist. Das heißt Cookie Duff. Ist so eine Ben & Jerry's Abklatsche. Keine Ahnung. Aber Ben & Jerry's sind mir einfach zu teuer. Und deswegen habe ich die Rewe Eigenmarke genommen. Und in derselben Marke habe ich noch mal Peanut Butter. Fand ich auch sehr interessant. Und ja, mal zum Probieren. So und dann kommt hier auch schon die Carbonara. Die ist dann wie gesagt für die Tortellini. Mal schnell zum Super machen. Und ja Leute, das war es schon. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Den Rest hatten wir soweit zu Hause noch. Und deswegen nur so ein paar Kleinigkeiten. Und ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, alles ist vom Rewe. Und ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne Feedback da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut! Alles gut!